Ich möchte heute mit Gottes Hilfe auf einen größeren Gedanken eingehen, ein Wort, darüber es mir persönlich auch nicht einfach ist zu sprechen. Ich möchte heute mehr an der ältere Generation sprechen. Man hört im Leben oft die Junge, die Junge, man muss die Junge ermahnen, man muss den Jungen sagen. Und irgendwo stehen auch große Lücken im Leben der alten Menschen. Und die Bibel spricht auch einiges für die alten Menschen. Es wäre natürlich einfacher, wenn ein älterer Bruder über diese Gedanken sprechen würde. Aber das Wort bleibt Wort. Ob es ein Jüngerer oder Älterer spricht, das Wort ändert sich nicht. Lasst uns Jesaja Kapitel 46 aufschlagen. Wir wollen zum Leitgedanken uns hier ein Wort lesen. Jesaja Kapitel 46, den dritten und den vierten Vers. Hört mir zu, ihr vom Hause Jakob und alle übrigen vom Hause Israel, die ihr von mir getragen werdet von Mutterleibe an und von der Mutter her auf mir liegt. Ja, ich will euch tragen bis ins Alter und bis ihr grau werdet. Ich will es tun, ich will heben, tragen und erretten. Wenn wir heute Menschen fragen würden auf der Straße, alt werden, was meinst du? Ist es ein Segen oder ist es ein Fluch? So denke ich mal, wir werden sehr viele überwiegend Menschen finden, die sagen werden, alt werden ist kein Segen. Oder ein alter Mensch, das ist kein Segen. Und manche Menschen, die kommen auch mit dem Alter nicht zurecht und schließen ab selbst mit dem Leben. Doch die Bibel spricht, das Altwerden ist ein Segen und ein großer Segen. Auch viele Christen nehmen es nicht wahr. Die Bibel sagt, auf das du lange lebst und dir wohl gehst. Also, ein langes Leben ist ein Segen. Lang leben und jung bleiben geht aber nicht. Denn die Ordnung Gottes ist so, dass der Mensch älter wird und dass der Mensch irgendwann alt wird. Doch dieses Wort wird nicht jeder auch heute annehmen. Es werden Menschen sein, die werden sagen, werde zuerst alt und dann werden wir sehen. Es werden aber Menschen sein, die in tiefer Dankbarkeit auch dieses Wort annehmen werden und werden auch versuchen, ihr Leben zu korrigieren. Der Apostel Paulus spricht in Titus im zweiten Kapitel den zweiten Vers und er sagt, den Alten sage. So eine klare Aussprache finden wir nicht, dass der Apostel irgendwo sagt, den Jungen sage. Es gibt auch Bibelstellen, wo es an die Jungen gerichtet sind. Aber hier kommt so ein Kern, Gedanken heraus und er sagt, den Alten sage. Standen wir nicht oft schon im Leben vor einer Situation, wo es heißt, du musst ihm oder ihr sagen. Aber wie? Wird der Mensch es annehmen oder nicht? Man muss es sagen. Und der Apostel sagt in 1. Timotheus im fünften Kapitel auch, er beginnt dieses Kapitel und sagt, den Alten schild nicht, sondern ermahne ihn als ein Vater. Die jungen Frauen als Mütter. Auch alte Menschen brauchen Ermahnung. Denn auch das Leben der alten Menschen ist nicht immer ein Vorbild. Nicht immer. Deswegen spricht die Bibel auch zu den Alten sehr viel. Ihr Lieben, ein jegliches Vornehmen unter dem Himmel hat seine Zeit. Es ist die Zeit der Jugend, es ist die Zeit der Jugend, es ist die Zeit, wo der Mensch im mittleren Alter ist und es ist die Zeit, wo der Mensch alt wird. Ein jegliches hat seine Zeit und es sind so vier Zeitperioden im Menschenleben. Und das Alter ist auch die Zeit der Ernte. Wo der Mensch oft einerntet das, was er im Leben gesät hat. Es kommt die Ernte. So die Frage, wann ist man alt? Ein Bruder, der heute in der Ewigkeit ist, ich baute damals und der hat mir noch ein bisschen mitgeholfen, hier und dort, Kleinigkeiten. Der war 86 Jahre alt und dann setzte er sich hin und ich schaute ihm so an, der sagt, bin wahrscheinlich alt geworden. Ich dachte, Mensch, du hast es aber spät gemerkt. Mit 86 erst. Aber es ist sehr unterschiedlich, wie der Mensch es sieht, wann man alt wird. Jemand sagte, wenn der Mensch mehr spricht von Vergangenheit als von Gegenwart, so ist er alt. So ist es ein Zeichen, dass der Mensch alt ist. Und wir wissen, dass ältere Menschen sehr viel sprechen über die Vergangenheit, vielleicht mehr über die Vergangenheit als über die Gegenwart, in der sie stehen. Nun, es ist nicht das Wichtigste, wann man alt wird. Wichtig ist es, wie man alt wird. Das ist der Kern. Wie wird man alt? Unser Leben ist gleich ein Buch, das bei der Geburt geöffnet wird und wir schreiben, unser Leben dort und irgendwo und irgendwann kommt, wo die letzte Seite geschlossen wird, wo der Mensch aus dem Leben aussteigen tut. In 1. Chronik, in 29. Kapitel, 1. Chronik, Kapitel 29, von 26. Vers, lesen wir hier Folgendes. 1. Chronik 29, Vers 26. So ist nun David, der Sohn Isais, König gewesen über ganz Israel. Die Zeit aber, da er König über Israel gewesen ist, ist 40 Jahre. Zu Hebron regierte er sieben Jahre und zu Jerusalem 33 Jahre. Und er starb im guten Alter, gesätigt mit Leben, Reichtum und Ehre. Und sein Sohn Salomon war König an seiner Stadt. Er starb im guten Alter, gesätigt am Leben. Ihr Lieben, es war ein erfülltes, ein gefülltes, es war ein gottgeweihtes Leben. Und es heißt, es war ein gutes Alter. Und da sehen wir diesen Unterschied oft im Leben der Menschen. Der eine hat ein gutes, wirklich ein gutes Alter. Er lebt in einem guten Alter. Ein erfülltes Leben liegt in der Vergangenheit. Ein gesegnetes Buch des Lebens wurde geschrieben. Ein anderer, in 1. Könige, im 11. Kapitel. 1. Könige 11, Vers 3. Und er hatte 700 Weiber zu Frauen und 300 Kipsweiber. Und seine Weiber neigten sein Herz. Und da er nun alt war, neigten seine Weiber sein Herz fremden Göttern nach, dass sein Herz nicht ganz war mit dem Herrn, seinen Gott, wie das Herz seines Vaters Davids. Sehen wir ein anderes Bild. Und wir können hier vielleicht sagen, ein zerstörtes Alter. Der eine hat ein gesegnetes Alter, der andere hat ein zerstörtes Alter. Weißt du, in jeglicher Zeit oder jedes Zeitalter in Menschenleben hat seine Schönheit. Die Kindheit hat seine Schönheit. Die Jugend hat seine Schönheit. Man sagt so unter den Menschen, die besten Jahre im Menschenleben sind zwischen 30 bis 50. Das ist die beste Zeit. Das weiß ich nicht. Aber man spricht so davon. Auch das Alter hat seine Schönheit. Wann, wenn das Leben mit Gott gefüllt ist. Wenn das Leben erfüllt ist. Wir haben ein Liedchen, ich denke, 625 muss es sein. Da heißt es, hast du dich früh dem Herrn geweiht? Schön wird das Leben sein. Schön wird das Leben sein. Und ich möchte hinzufügen, schön wird das Alter sein, wenn du dich früh dem Herrn geweiht hast. Wer will nun alt werden? Du werdest keinen Menschen finden, der alt werden will. Aber es ist von Gott so bestimmt, dass wir alt werden. Doch nicht jeder Mensch wird auch alt. Manche Menschen werden in der Blüte des Lebens hinweggerissen. Aber dieses Wort ist auch für die jungen Leute, damit man wirklich sich einspeichert. Wir wissen nicht, wie lange Gott noch die Welt und die Zeit stehen lässt. Und es ist wichtig, im Leben zu lernen. Ich sagte auch zu meiner Frau, wir müssen jetzt lernen. Wenn wir jetzt nicht lernen, dann werden wir ein Problemfall im Alter sein. Das Leben, das prägt den Menschen und wichtig ist es, dass man mit dem Alter mitgeht. Hier haben viele Menschen sehr oft Probleme, dass sie mit dem Alter nicht mitgehen. Und manches Mal machen sich junge Leute lustig und lästern auch darüber, weil die Alten nicht mitgehen mit dem Alter. Wir müssen unseren Lebensschritt dem Alter anpassen. Unsere Reden, unsere Redensart muss dem Alter entsprechend angepasst werden. Manches Mal reden alte Menschen so ein Unsinn. Und du denkst, Mensch, du hast doch das Leben durchgelebt. Was hast du angesammelt in deinem Leben? Es ist wichtig, dass wir unsere Rede, Redensart, dem Alter anpassen. Unsere Kleidung muss dem Alter angepasst werden. Ein 80-jähriger Mensch kann sich nicht so kleiden wie ein 18-jähriger Mensch. Ein 80-jähriger Mensch, auch selbst die Farben, da gehören strengere Farben in das Leben hinein. Das ist dem Alter entsprechend. Unser ganzes Benehmen, unser Verhalten muss dem Alter entsprechend sein. Und dann werden wir auch ein Segen sein können. Der Herr erschien, als Abraham 75 Jahre alt war. Und der Herr sagt, ich will dich segnen und du sollst zum Segen sein. Und diese Aufgabe hat ein jeder alter Mensch. Ihr Lieben, denn das Wort Gottes ist auch für jeden alten Menschen, jeden Christen. Du sollst, du musst ein Segen sein als alter Mensch. Nicht nur die jungen Menschen sollen zum Segen sein. Alte Menschen sollen, müssen zum Segen sein. Denn sie haben ja Erfahrungen des Lebens gesammelt. Und aus diesen Erfahrungen selbst, was sie mit Gott erlebt und erfahren haben, sollte ein Segen herauskommen. Ihr Lieben, in meisten Fällen, so wie im Leben, im vergangenen Leben, so ist auch der Mensch im Alter. Der Prediger Salomon, er spricht in Sprüche im 22. Kapitel, den 6. Vers, wie man einen Knaben gewöhnt. So lässt er davon nicht, auch wenn er alt wird. Eine andere Bibelübersetzung sagt, belehre einen Jüngling am Anfang seines Weges. So trennt er sich nicht davon auch im Alter. Und das Leben, das prägt den Menschen darum, wenn du willst, ein Segen sein im Alter, dann musst du ein Segen sein im Leben. Und wir haben diesen großen Unterschied zwischen Alten und Alten. Es gibt alte Menschen, die wirklich einen großen Segen bringen, die einen großen Segen sind, im Leben der Gemeinde, im Leben der Geschwister, im Leben der Familie, der eigenen Familie. Es gibt andere Alten, die sind ein Problemfall. Da denke ich an eine liebe Schwester, die ist heute in der Ewigkeit. Ich habe sie auch besucht im Alter. Alte Menschen werden oft sehr stur. Und sie nehmen sehr schwer an, manche sehr krankhaft an. Und diese alte Schwester, die lebte mit den Kindern. Die hatte aber so einen Tagesrhythmus eingeplant. Sie ging um 16, 17 Uhr schon zur Nachtruhe. Und um 2 Uhr war für sie die Nacht vorbei. Und dann stand sie auf, wurde laut. Die Kinder standen im Arbeitsverhältnis noch. Und das ganze Reden mit der Mutter hat nichts gebracht. Sie ist festgefahren. Hat sich nichts nicht sagen lassen. Und die Kinder waren erschöpft. Sie wollten nicht verstehen, dass die Kinder haben Pflichten, sie haben Aufgaben. Sie müssen früh zur Arbeit aufstehen. Sie könnten nicht ruhen, könnten nicht ausruhen. Sie waren körperlich erschöpft, sie waren mit Nerven erschöpft. Und dieser Sohn sagte zu mir, es werden manche Menschen uns vielleicht verurteilen, aber wir halten es nicht aus. Sie haben die Mutter ins Alterheim abgegeben. Und die Schuld, die Ursache waren nicht die Kinder, sondern die Mutter. Weil die sich nichts mehr sagen ließ. Die Bibel aber sagt den Alten sage. Weißt du, wenn der Mensch im Leben aktiv ist, dann ist er auch im Alter aktiv. Es sind andere Aktivitäten, die er im Alter hat. Wenn ein Leben so passiv, wenn das Leben so dahin gelebt worden ist, dann werden diese Menschen oft im Alter unerträglich. Sie gehen oft auf die Nerven der Menschen. Denn sie haben nichts zu tun. Und wenn der Mensch nichts zu tun hat, womit ist er dann beschäftigt? Mit den Gedanken. Dann kommen alle möglichen Gedanken. Ein Bruder, mit dem ich öfters telefoniert habe, der ist heute über 90. Der hatte einige Operationen hinter sich. Man hat ihm seitlich einen Schlauch herausgeführt. Jedes Mal, wenn ich ihn anrufe. Ich musste staunen. Der ist fröhlich, der ist dankbar. Bruder, wie geht es dir? Er hat immer ein dankbares Herz. Voll Dankbarkeit. Leiden, Krankheit. Aber er ist dankbar. Er hat jedes Mal ein Wort, der sagt, das habe ich gelesen, das habe ich gelesen. Es gibt alte Menschen, die sind beschäftigt. Die lesen, die schreiben sich, sie machen Notizen, weil sie es alles nie behalten können. Sie sind aktiv und die Gedanken sind frei. Auch diese Beschäftigung, die macht den Menschen frei. Aber wenn der Mensch so passiv dahin lebt, so kommen alle möglichen Gedanken. Willst du im Alter ein Segen sein? Sei im Leben ein Segen. Wenn du im Leben kein Segen bist, wird im Alter dieser Umbruch nie geschehen. Es wird nicht kommen, dass du auf einmal im Alter ein Segen bist. Wird nicht geschehen. Geschieht dieser Umbruch nicht. Der Apostel Paulus, er schreibt im 2. Korintherbrief, im 4. Kapitel, 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 16. Darum werden wir nicht müde, sondern ob unser äußerer Mensch verdirbt, so wird doch der innerliche von Tag zu Tag erneuert. So, und das ist ein gesunder Zustand eines christlichen Glaubensleben. Der äußere Mensch, manche Bibeln sagen, der äußere Mensch nimmt ab, der inwendige nimmt zu. Es ist sehr schlecht, wenn der äußere Mensch abnimmt und der innere abnimmt. Dann ist das schlecht. Es ist gut, wenn der äußere abnimmt, aber der inwendige Mensch nimmt zu. Und es kann zunehmen. Auch alte Menschen müssen lernen. Und ich habe, oder wir haben so manche gesegnete Brüder hinter uns. Und die mussten sagen, auch im hohen Alter, wir haben die Schule Christi nicht ausgelernt. Sie hatten gelernt das ganze Leben. Auch im Alter. Der Prediger Salomon, der spricht im Prediger, im 12. Kapitel, im 1. Vers. Prediger Kapitel 12, Vers 1. Die Jahre werden hinzutreten, wo du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Was dann? Was dann, wenn diese Jahre hinzutreten, wo es wirklich dem Leib, dem Körper des Menschen nicht so gefällt? Wie reagiere ich dann? Wie verhalte ich mich dann in dieser Zeit? Und auch da sehen wir diesen gewaltigen Unterschied zwischen den alten Menschen. Die einen, die werden voll unzufrieden und die leben in ständiger Unzufriedenheit. Und du denkst, Mensch, bei all der Fülle, die du in unseren Tagen hast, aber diese Zufriedenheit des Herzens zu haben, das ist doch ein Segen. Und bei all diesem, was der Mensch hat, ist er ständig unzufrieden. Es passt alles nicht und der Mensch fängt an zu murren und zu murren und zu murren. Und sehr oft können alte Menschen auch nicht warten. Es muss alles sofort auf den Punkt innen erfüllt werden, getan werden. Ich saß mal beim Arzt und da sitzen alte Menschen. Und es ist ja die Zeit, wo die Menschen mehr zum Arzt gehen. Das ist das Alter. Und da sieht man eben diese Unzufriedenheit im Leben der alten Menschen. Und jemand saß neben mir und er sagt, das sind ja die, die nie Zeit haben. Das sind die alten Menschen. Die können nicht warten, es muss sofort alles für sie getan werden und so weiter. Die Bibel sagt den alten Sagen. Zufrieden zu sein im Leben. Dankbar zu sein. Meine Zufriedenheit, sagt der Dichter. Was ich nicht ändern kann, und es gibt manches im Leben, was ich nicht ändern kann, auch beim besten Wollen. Was ich nicht ändern kann, nehme ich geduldig an. Nicht ungeduldig an. Was nützt die ganze Ungeduld? Sie bringt doch gar nichts. Und diese Menschen, die fangen dann an zu reden und zu sprechen. Keiner, so ungeduldige Menschen, keiner hat es so schlecht wie ich. Ich habe es am schlechtesten. Und diese Menschen sind oft undankbar in ihren Verhältnissen, obwohl die alles in Fülle haben. Alles in Überfluss haben. Und ich sage es noch einmal, Geschwister, das sind die Menschen, die ganz passiv sind. Menschen, die aktiv sind, die sind auch dankbar. Die haben immer was zu tun, auch im Alter. Die sind ein Segen. Eine Alten, die haben eine Anziehungskraft. Die anderen Alten, die stoßen von sich oder wirken abstoßend. Und die wollen von mir nichts und die wollen, dass ich schneller sterbe. Und diese Gedanken hört man oft im Leben der alten Menschen. So ist es aber nicht. So ist es aber nicht. Aber du siehst, womit der Mensch beschäftigt ist. Wovon spricht es, Geschwister? Das ist sehr ernst. Er spricht von einer inneren Not. Zu wenig Gnade. Zu wenig Gnade im Leben. Wenn ich unzufrieden bin, wenn ich murrisch bin, wenn es mir immer alles nicht passt. Und da ist ein Bruder, der auch heute in der Ewigkeit ist. Ich besuchte ihn öfters und fast jedes Mal, wo ich davon ging, sagte er, ich sterbe. 20 Jahre lang starb er, bis er gestorben ist. Aber das war seine Musik gewesen. Das waren seine Lieder, seine Klagelieder, die er gesungen hat. Und weißt du, wenn Menschen, wenn alte Menschen diese Klagelieder ständig singen, das geht richtig auf die Nerven. Denn auch junge Menschen, die haben Nerven. Und ganz besonders die Menschen, die mit den alten Menschen zu tun haben. Sie verpflegen, sie brauchen Kraft, sie brauchen Gesundheit. Und dankbar dafür zu sein, das vergesst man. Also, den alten sage, Titus Kapitel 2, gleich von Anfang. Du aber rede, wie sich's ziemt nach der heilsamen Lehre. Den alten sage, dass sie nüchtern sei. So, jetzt spricht der Apostel über das Verhalten der alten Menschen. Und das ist die Bibel. Und wenn du diesem Wort ungehorsam bist, dann bist du Gott ungehorsam. Es ist das Wort Gottes, es ist das Fundament, es ist die Lehre für die alten Menschen. Dass sie nüchtern handeln. Nüchtern, klar sehen. Du hast Erfahrungen im Leben. Du sollst die Sache klar, nüchtern sehen, nüchtern behandeln. Denn ehrbar, man könnte sagen, ehrlich. Manche alten Menschen, die haben diese Schwachheiten, die sind geneigt, sehr zu manipulieren. Solange keiner in ihrer Nähe ist, es ist alles gut und schön. Wenn jemand in ihrer Nähe kommt, so fangen sie an zu stehnen, zu klagen, zu seufzen. Manipulieren einfach. Es ist die Sache nicht so, wie sie es wirklich versuchen herzustellen. Und der Apostel sagt, ehrlich sein, ehrbar sein, auch im Alter, züchtig. Auch alte Menschen brauchen die Zucht der Gnade. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen, nicht nur den jungen Menschen. Allen Menschen und züchtigt uns. Sie tut uns für den Himmel vorbereiten. Und ihr lieben alten Menschen, ihr seid näher zum Ziel als die Jungen. Die Jungen können gehen, die Alten müssen gehen. Und es ist wichtig, dass man im Alter wirklich dieses Wort Gottes liebt. Und er geht weiter und sagt, gesund im Glauben. Ein gesundes Glaubensleben sollen alte Menschen haben. Manches Mal sind alte Menschen auch neidisch. Jeder hat heute das Telefon und man telefoniert und man spricht auch mit anderen. Und sehr oft kommen solche Gedanken, der andere hat es besser, der wird besser verpflegt. Der andere hat eine bessere Rente als ich. Und der Mensch wird im Alter neidisch. Ich will dir fragen, lieber alter Mensch, wozu brauchst du das alles? Wozu brauchst du das alles? Alte Menschen, nach dem Neid kommt der Geiz. Wozu brauchst du das alles? Du hast die Fülle, den Überfluss heute. Und manche Menschen sind so gebunden an das irdische Leben, haben die paar Grosche und die halten sich so fest an diese paar Groschen, sind gebunden und gefesselt. Die Bibel spricht von einer Freiheit. Wir Menschen sollen frei sein von allen als Christen, auch im Alter. Du hast Kinder, du hast Enkelkinder. Wenn du hast den Überfluss, dann hilf doch deinen Kindern. Denn in den jungen Jahren braucht man mehr als im Alter. Es ist so. Das weißt du aus der Vergangenheit. Und man braucht nicht bunkern Streit für das Nachkommen. Es ist so wichtig mit diesen Gedanken. Doch klar zu kommen, Geschwister. Und er sagt, dass sie gesund seien in Glauben, in der Liebe, in der Geduld, den alten Weibern desgleichen, dass sie sich halten, wie es den Heiligen ziehen. Aufrichtig, rein, vorbildlich in allem handeln. Wir haben ein Wort in 5. Mose. Auch alte Menschen haben Aufgaben. Und wenn man manches Mal mit den alten Menschen spricht und man sagt, erzähle doch aus dem Leben deine Erfahrungen. Deine Erfahrungen, die du mit Gott gemacht hast. Stille. Es ist eine Stille. Hast du nichts erfahren? Du hast 70, 80 Jahre hinter sich. Hast du mit Gott überhaupt nichts erfahren? Fragst du einen anderen und da fließt es. Da erzählt er und erzählt er und erzählt er, was er mit Gott erlebt hat, was er mit Gott noch erlebt hat. Ich besuchte einen Bruder zwei Wochen vor dem Tod. Als ich in das Zimmer hineintrat, ich wunderte mich, der leuchtet. Der war krank, krebskrank, aber seine Augen leuchten. Und das Erste war, weißt du, der sagte, Andreas, ich hatte so eine Freude diese Nacht gehabt. Ich hatte so eine Gemeinschaft mit Gott gehabt. Weißt du, das erbaut, das bringt ein Segen. Wenn du in ein Zimmer eines alten Menschen hereintretest und er fangt an zu klagen und zu murren, das reißt dich nieder. Mensch, du gehst zum Ende deiner Lebensreise und du sollst ein Segen sein. Und der Mann Gottes spricht hier in 5. Mose 32 die Aufgabe der alten Menschen. Gedenke der vorigen Zeit bis daher und betrachte, was er getan hat an den alten Väter. Frage deinen Vater, der wird dir verkündigen, deine Ältesten, die werden dir sagen. Da der Allerhöchste die Völker zerteilte und zerstreute die Menschen, Kinder, da setzte er die Grenzen der Völker nach der Zahl der Kinder Israel und so weiter. Er sagt, gedenke an die vorigen Tage, frage die Alten, wie, was habt ihr mit Gott erlebt, was habt ihr mit Gott erfahren und die sollen es dir erzählen. Die sollen da berichten, was sie in der Vergangenheit erlebt haben, was sie erfahren haben. Das ist die Aufgabe der alten Menschen. Psalm 71, Vers 17, Gott, du hast mich von Jugend aufgelehrt und bis hierher verkündige ich deine Wunder. Auch verlass mich nicht Gott im Alter, wenn ich grau werde, bis ich deinen Arm verkündige, Kindeskinder und deine Kraft allen, die noch kommen sollen. Das ist die Aufgabe. Das ist die Aufgabe der alten Menschen, zu verkündigen, diese Gnade Gottes, zu verkündigen, den Arm des Herrn, wie er getragen, wie er geführt hat. Und wenn du so ein Leben führst, dann wirst du ein Segen sein, dann wird dein Alter auch ein Segen sein. Du wirst ein Segen bringen, ein Segen haben in deinem Leben. So, es kommt die Zeit, wo mancher noch eine weitere Stufe hineinsteigt. Und der Mann Gottes Hiob, der schreibt davon im 12. Kapitel, im 12. Kapitel Hiob im 20. Vers, So, es kommt die Zeit, nicht jeder alte Mensch bleibt im klaren Verstand, wo der Verstand genommen wird. Man sagt heute Demenz, eine Krankheit, wo der Mensch nichts mehr versteht. Was dann? Weißt du, dann kommt heraus, sehr oft, das, was im Leben gespeichert wurde. Und manches Mal ist es eine Schande zu hören, was alte Menschen reden. Manche fangen an, über Fleischeslüste zu reden, und es geht bis hinein über intime Sachen. Und da siehst du, womit das Leben gefüllt war. Und da triffst du einen anderen Alten, der ist auch Demenz. Und du besuchst ihn und du fragst ihn, kennst du mich? Nein, kennst du Jesus? Und er kommt wiederum. Und er spricht von Jesus, und er spricht manches Mal auch ganz durcheinander, aber du merkst, er versucht manche Bibelstellen anzuführen, dazwischen versucht er zu beten, und wenn es auch durcheinander ist. Aber du siehst dann, womit das Leben gefüllt war. Und das ist der gewaltige Unterschied. Und darum, ihr lieben jungen Menschen, speichert es euch tief ein. Womit das Leben gefüllt ist, das kommt im Alter heraus. Das kommt im Alter heraus. So, der Psalmist spricht über das Alter, über ein gesegnetes Alter, oder ein Segen im Alter. Im 92. Psalm. Psalm 92, Vers 13. Der Gerichte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind in dem Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie gleich alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Manche Bibeln sagen, fruchtbar, saftig und frisch. Und er zeigt uns hier den Grund, die Ursache. Er sagt, die Gerechten oder der Gerechte. Der, der sucht vor Gott, vor Gott treu, aufrichtig zu leben, er wird grünen. Jetzt natürlich gesehen, welcher Baum gefällt dir am besten. Ein Baum, der trocken dasteht, ohne Blätter, ohne Früchte. Oder ein Baum, der grünt, der fruchtreich ist, der mit Früchten beladen ist. Welcher Baum zieht die Menschen an? Ein trockener, der ist zum Verbrennen. Genau so das Leben im Alter. Wenn alte Menschen wirklich fruchtreich ist, die Früchte des Geistes. Und diese Früchte des Geistes sind im Alter zu suchen auch. Liebe, Friede, Freude. Können alte Menschen diese Früchte tragen oder nicht? Oder ist es vorbei? Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube und so weiter. Also diese Früchte sollten auch im Leben des alten Menschen gefunden werden. Und er sagt, sie werden wachsen. Sie werden fruchtbar sein. Sie werden blühen. Und im 14. Vers, die gepflanzt sind im Hause des Herrn. Diese Pflanzung muss geschehen im Leben. Wenn der Mensch nicht gepflanzt ist, dann wird er auch keine Frucht bringen können. Weißt du, der Psalmist spricht hier von dieser Liebe zum Hause des Herrn. Ihr lieben alte Menschen, wie ist es bei euch mit der Liebe zum Hause des Herrn? Es ist ein sehr wichtiger Gedanke. Weißt du, es gibt alte Menschen in unserer Zeit, die sind alt geworden, aber die haben kein geistliches Zuhause. Und das ist traurig. Die haben eine Rundreise durch die Gemeinden gemacht und nirgends haben sie sich zurechtgefunden und sie stehen im Alter alleine. Kein geistliches Zuhause. Ist das nicht traurig? Und da kenne ich persönlich jemanden, der war außer auf einer Rundreise durch die Gemeinden hindurch und dann blieb es eine Familiengemeinde und am Ende blieb es eine Ich-Gemeinde. War nichts da. Und jetzt kommt die Zeit, wo der Mensch aus dem Leben scheidet. Wer soll beerdigen? Und jetzt sucht man hier, sucht man dort, war überall gewesen. Was für eine Lebensspur hast du zurückgelassen? Es ist so wichtig, ein geistliches Zuhause, Geschwister, besuchen hier und dort, ja. Besuchen Gemeinschaften, das ist wichtig, Gemeinschaften mit den Kindern Gottes zu haben. Aber ich muss ein geistliches Haus haben. Ich muss ein geistliches Zuhause haben, wo ich mich zu Hause fühle. Ich muss die Liebe zum Hause des Herrn haben. Und da siehst du auch oft einen Unterschied. Manches Mal rufst du oder ich kriege auch immer wieder Anrufe von alten Menschen und die interessieren sich. Wie sieht das Leben in der Gemeinde aus? Wie sieht es mit der Jugend aus? Wie sieht es mit den Kindern aus? Habt ihr Kinderstunde? Sie interessieren sich, sie tragen Lasten. Sie beten, sie sagen, wir beten für das Werk des Herrn. Wir beten für die Gemeinde. Sie sind, wenn sie auch körperlich nicht gegenwärtig sind, altes Gemäß können sie nicht mehr in den Reihen der Kinder Gottes sitzen, aber sie tragen dennoch die Lasten. Sie beten dafür, sie stehen dafür das Werk des Herrn. Sie haben ein geistliches Zuhause. Und da siehst du einen Unterschied. Bei einem auf der Beerdigung ist eine Masse, wo der Raum nicht ausreicht, beim anderen kommt eine Handvoll. Das spricht vom vergangenen Leben, Geschwister. Das redet vom vergangenen Leben. Deswegen diese Liebe zum Hause Gottes zu haben, ist es sehr wichtig. Die Früchte erbringen. So ein weiterer Gedanke noch. Der Schmuck der Alten. Was schmückt alte Menschen? Der Apostel Jakobus. Im dritten Kapitel. Jakobus, Kapitel 3, von 17. und 18. Vers. Die Weisheit aber von oben her ist auf erster Keusch, danach friedsam, gelinde, lässt sich sagen, voll Barmherzigkeit, gute Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht aber der Gerechtigkeit wird gesät im Frieden, denen die Frieden halte. Der Apostel spricht hier von Weisheit. Weißt du, die Jahre sprechen noch nicht alles heraus. Wenn du 70 oder 80 oder 90 geworden bist, das ist noch nicht alles. Mancher Mensch ist alt geworden, aber nicht reif und nicht weise. Die Weisheit der Alten, das ist der Schmuck, wenn ein alter Mensch weise handelt. In jeder Situation, ihr Lieben, Zeiten ändern sich. Umstände ändern sich. Und die Bibel sagt, schickt euch in der Zeit. Andere Bibel sagen, dienert dem Herrn. Aber, das heißt nicht mit dem Zeitgeist mitgehen, aber in jedem Zeitalter doch weise handeln. Und wenn ein alter Mensch weise handelt, dann ist er zum Segen. Er überlegt, da ist ein Bruder, du stellst ihm die Frage, der sagt, ich muss zuerst nachdenken. Ich muss zuerst überlegen. Ich kann dir nicht die Antwort sofort geben. Man hat die Weisheit. Der andere feuert gleich heraus und du denkst, Mensch, du bist doch das Leben durchgegangen. Hast viele Erfahrungen, hast selber nichts gelernt. Also die Weisheit ist ein Schmuck der Alten. Er schmückt die alten Menschen. Schickt euch in der Zeit, dienert dem Herrn. Zweitens, der feste Glaubensgrund. Wenn alte Menschen noch hin und her gerissen werden, das ist kein Schmuck für sie. Heute, da, morgen, da, übermorgen, noch irgendwo. Nein. Du bist das Leben durchgegangen. Du musst ein festes Fundament unter deinen Füßen haben. Du musst eine Stütze sein, den jungen Menschen. Der Apostel sagt in Timotheus, im zweiten Kapitel, der neunzehnte Vers, aber der feste Grund Gottes besteht. Und wenn auch Stürme des Lebens kommen, Matthäus 7,24, und es sind so manche Stürme des Lebens, es können Krankheiten kommen, es können Schmerzen kommen, es können Leiden kommen, und im Leiden offenbart sich der Mensch. Im Leiden sieht man dann den Menschen. Die Wirklichkeit, wie der Mensch steht. Und wenn der Mensch diesen festen Grund hat, dann ist er zum Segen. Der Apostel Johannes schreibt im zweiten Kapitel in einem Vers, und er sagt, ich schreibe euch Väter. Johannes war selbst auch alt geworden, und Johannes war zum großen Segen. Ich denke, Johannes hat jeder geliebt. Zu Johannes hat sich jeder hingezogen. Und er schreibt immer wieder, Kinder, Kindlein, weißt du, dieses Weiche, Innere, das hat die Menschen angezogen. Aber dieses Harte, Sture, das stößt den Menschen ab. Und das muss man im Leben, Geschwister, lernen. Im Leben, wie wir im Alter werden, diesen festen Grund Gottes zu haben. Der Apostel sagt, es ist ein großer Gewinn, wer gottselig ist, 1. Timotheus 6, Vers 6, großer Gewinn, wer gottselig ist und lässt sich genügen. Wir haben nichts in diese Welt gebracht, wir werden auch nichts hinausbringen. Haben wir Nahrung und Kleidung, so lasst uns genügen. Und jetzt kommt der weitere Gedanke, dem die Schwester ein Zeugnis gesagt hat. Auch diese innere Zufriedenheit. Weißt du, dieser alte Patient, der war gelähmt. Der war im Alterheim, der war gelähmt. Und der Arzt besuchte seine Patienten und er sieht diese Unzufriedenheit in anderen und er stellt diese Frage, warum bist du immer so zufrieden? Ja, Herr Doktor, ich nehme zwei Pillen ein. Am Morgen die Pille der Zufriedenheit, am Abend die Pille der Dankbarkeit. Und diese Pillen sollte ein jeder Christ haben. Jeder Christ. Und ganz besonders die Christen, die alt geworden sind, zufrieden zu sein. Und dazu spricht auch der Psalmist in dem 116. Psalm, ein Wort. 116. Psalm, der siebte Vers, sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denen, die Gott lieben, sind alle Dinge zum Besten. Römer 8, 28. Alle Dinge zum Besten. Und er sagt, sei zufrieden. So, wir singen ein Liedchen, ich bin ganz im Herrn zufrieden. Und ich möchte die Frage stellen, lieber älterer Mensch, bist du ganz im Herrn zufrieden? Oder nicht? Wenn du nicht ganz im Herrn zufrieden bist, dann such die Gegenwart Gottes, dann such das Angesicht Gottes, dass du wirklich ganz im Herrn zufrieden bist. So, weiteres, was dir alten Menschen schmückt, Zufriedenheit, Geduld. Wenn alte Menschen geduldig sind, Ungeduld ist schon nicht angenehm im Leben der jungen Menschen, wenn ein junger Mensch ungeduldig wird. Weißt du, wenn du das Bild eines alten Menschen siehst, wenn der alte Mensch ungeduldig wird, der schon faltig ist, und dann fangt er an, den ganzen Körper zu zittern, der wird rot, und das ist kein schönes Bild für den alten Menschen. Aber wenn ein Mensch geduldig ist, das ist doch diese Eigenschaft, die den Menschen anziehen tut. Und Geschwister, diese Geduld können wir erbeten uns von Gott. Der Apostel sagt, Jakobus im ersten Kapitel, auch im dritten Kapitel, glaube ich, spricht er diese Gedanken, oder im fünften Kapitel, die Geduld soll aber fest bleiben bis ans Ende. Bis zum Ende des Lebens. Wirklich geduldig. Gottes Wege, der Weg des Herrn, ist stets der Beste. Und sieht der Mensch ihm anderes an, ist nur, weil er was, die ganze Wahrheit nicht klar genug erkennen kann. Aber geduldig sein, Geduld zu üben. Es gibt immer, es gab, es gibt, und es werden geben, immer Generationsprobleme. Generationsprobleme. Das ist vielleicht ein weiterer Gedanke. Es werden immer Generationsprobleme sein, aber alt und jung, das gehört zusammen. Alt gibt Halt und jung gibt Schwung. Und das gehört zusammen. Die Jünger sollen sich nicht trennen von den Alten und die Alten sollen sich nicht trennen von den Jungen. Aber jeder muss seine Aufgabe wissen in seinem Alter. Und ihr Lieben, es ist sehr wichtig, auch für die Brüder, für uns Brüder, die wir im Dienst stehen, man muss wissen, die Zeit seines Dienstes. Es gibt Gemeinden, auch in unserer Zeit, leider, wo die ganze Gemeinde darunter leidet. Weil manche Brüder wissen nicht die Zeit des Dienstes. Es ist die Zeit gekommen, aussteigen aus dem Dienst. und wirklich einen Gebetsdienst zu übernehmen. Und dennoch, diese Brüder versuchen, immer wieder was vorzubringen, aber die Gemeinde wird dadurch nicht erbaut. Es ist kein Erbauen. Es ist besser, ein kurzes Zeugnis in fünf Minuten, als eine halbe Stunde in heißer Brei herumrühren und am Ende weiß keiner, wovon gesprochen worden ist. Es ist kein Segen. Kurz, klar und deutlich, bringt ein Segen, baut die Gemeinde auf. Du siehst, dass der alte Mensch hat ein Leben mit Gott. Ich denke an einen Bruder, der in unserer Mitte war, der ist auch in der Ewigkeit. Ich habe ihn immer wieder angesprochen, der war schon 80, über 80 kurz. Bruder, ein kurzes Wort, der sagte, weißt du, meine Zeit ist vorbei. Jetzt seid ihr dran. Und seine Frau war ihm zu Hilfe gewesen. Ich werde hier den Namen nicht nennen, es ist nicht nötig. Aber seine Frau merkte, er bringt nicht mehr das, was er bringen sollte. Und die hat ihm gesagt, so jetzt ist für dich die Zeit. Von der Seite hört man viel, viel besser. Viel besser als man persönlich. Deswegen, ich versuche auch immer wieder, meine eigenen Ansprachen durchzuhören. Ist es zum Segen oder ist es nicht zum Segen? Baut es auf oder baut es nicht auf? Es ist nicht nur reden, reden und reden. Ich könnte drei Stunden reden, da werden mir die Worte ausgesprochen, ausreichen, aber wird es aufbauen. Das ist die Frage, die wir uns stellen sollten. Darum, Geschwister, wissen die Zeit, die Zeit des Dienstes. So, der letzte Punkt noch, wo, was den Menschen schmückt, ein reines Gewissen. Ein reines Gewissen auch im Alter zu haben. Paulus sagt, ich über mich, zu haben ein unverletztes Gewissen, allenthalben vor Gott und gegen den Menschen. ein reines Gewissen. Es gibt alte Menschen, die sind unversöhnlich, die können nicht vergeben und die reden von Sachen, die 25 Jahre vorher geschehen sind und sie tragen diese Lasten auf ihren Herzen. Können nicht vergeben und du denkst, Mensch, du hast noch nur ein paar Schritten und die Toren der Ewigkeit werden sich vor dir öffnen. Und die Bibel sagt, wenn du nicht vergeben kannst, wird Gott dir auch nicht vergeben. Das ist ein klares Wort. Man muss sich diese Gnade von Gott erbeten, ein reines Gewissen vor Gott und vor Menschen zu haben. Wisstige, Geschwister, verborgene Sünde im Leben der Menschen kommen oft im Alter auf die Oberfläche. Bin ich an einem Ort, kommt eine alte Schwester, die schon, denke ich mal, über 80 war und die hatte wohl äußere Leiden, auch die innere Not. Und sie beugte sich und wir beteten dann, sie sagte, Herr, vergib mir, ich habe abgetrieben in meiner Jugend. und die ganze Last. Ich musste weinen. Dieses alte Mütterchen hat die ganze Last durch das ganze Leben getragen. Warum nicht gleich mit Gott in Ordnung bringen? Warum nicht die innere Freie? Ihr Lieben, wir sind Menschen, es kann im Leben passieren. Aber bring doch die Sache mit Gott in Ordnung. Suche Vergebung. Und wenn du vielleicht auch ein Seelsorge-Gespräch brauchst, dann suche einen Bruder, dem du dich anvertrauen hast, der es nicht auf eine Glocke heraushängen wird. Sprich mit ihm, der wird dir eine Hilfe sein in dem. Und du wirst eine Freiheit in der Seele erleben. Gott vergibt auch das, was im Leben geschehen ist. Reines Gewissen vor Gott und gegen den Menschen zu haben. So, und jetzt kommt die Zeit des Abscheidens. Eine Bibelstelle, mit der ich schließen werde. Psalm 39. Im Psalm 39 Wir lesen den fünften Vers. Aber Herr, lehre doch mich, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Bereit sein zum Übergang. Man muss, ein jeder muss bereit sein zum Übergang. Doch wie viel mehr Menschen, die schon das Alte erreicht haben. Nicht warten, bis ernste Not antritt, bis der Tod ins Angesicht schaut und dann suchen, wo und was ich noch vorbereiten muss, wo ich mich bereiten muss, sondern man muss bereit stehen, bereit vor Gott zum Übergang. Paulus sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und das möchte ich wünschen einem jeden, der heute hier gegenwärtig oder auch abwesend dabei ist, dass unser Leben möchte mit Christus gefüllt sein und dass unser Sterben nicht ein Verlust, sondern ein Gewinn sein möchte. Gott segne uns weiterhin. Amen. Amen.